Das sieht aber komisch. Achso, es hat noch geladen. Ich habe mich gerade gewundert, warum das so komisch aussieht. Und was ist das? Warum steht da ein Stuhl? Achso, ach, das muss erstmal alles entwickeln. Mensch. Denn entwickel mal schneller. Was ist das hier? Betrachten. Schade, ich dachte, da kann man jetzt irgendwie die Luftballons loslassen. Zumindest sieht das so aus wie Luftballons. Oder ist das dieses alte Design von Windows? Nee, das sind tatsächlich Luftballons. Wer kennt denn das überhaupt noch? Dieses von Windows XP, glaube ich, dieses Design, äh, dieser Bildschirmschoner. Hmm. Fraglich, fraglich. Tiefgründig. Na dann klingel mal, mein Freund. Jemand zu Hause! Was ist denn das hier? Fähigkeit Athletik lernen. Mensch, was der alles erlernen will. Oh. Sternzeichen von Opperpökels erfahren. Na klar, das wird kein großes, großes Problem sein. Mode-Tipps für Einsiedler. Lesen. Na dann diesmal. Aber kurios ist ja auch, warum er genau in der Mitte anfängt vom Buch. Na gut. Ähm. Passiert da jetzt irgendwas Interessantes, wenn er da jetzt liest? Dunkel war's, der Mond schien helle, als sein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft. Und so weiter. Und fertig ist er. Hä? Nach Hause gehen. Der macht sich selbstständig. Das ist kein gutes Zeichen. Wir werden unproduktiv. Ach, der steht da immer noch? Der ist tatsächlich irgendwie suizidgefährdet anscheinend. Mensch. Ach. Oh, die werden ja langsam unzertrennlich. Ach gut, dann. Mal ganz kurz hier anhalten. Freundlich. Über Arbeit reden. Buchhandlung reden. Äh, na, 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 na. Wo kann ich denn das Sternzeichen nach drinnen einleiten? Hör auf damit. Romantisch spezial bitten zu gehen? Das ist ja gar nicht dabei. Hm. Dann machen wir mal über Buchhandlung reden. Dann machen wir mal Geschichte erzählen. Dann machen wir mal plaudern. Dann machen wir mal schlechtes Buch kritisieren. Aber dann bitte konstruktiv. Äh, ja. Dann kritisiere einfach mal. Ach, dann war das wahrscheinlich das, was er gerade gelesen hat. Na gut, dann. Mach mal weiter. Oh, die Zeitung arbeitet sich so langsam in den Boden ein. Also farblich. Über Bach Buchhandlung reden. Scheinbar ist es sehr belesen zu sein. Bücher sind Bücher. Mensch, da haben sich aber zwei gefunden. Was macht denn der jetzt? Geschichte erzählen. Ach so, über eine Blume. Und ihr Leben als Blume. In einem Blumentopf. Ach, Mensch. Dann können wir jetzt ein Buch... Äh, äh, äh. Die Nachbarn sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens in einer aktiven Stadt. Und dank der offenen Nachbarschaft kannst du sie nun auch besuchen. Mensch, nie. Nie, das kommt noch so weit, dass wir hier lesen. So, dann gucken wir mal, ob wir uns jetzt hier ein Buch leisten können. Ein Bücherregal. Sieht man ja auch sehr selten hier. Bücherregal, witzige Wälzer. Das geschmacksvolle Literaturregal. Kommt nur die Frage, wo wir es hinstellen. Hier sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Äh. So, tun wir einfach mal hin. Sind wir gleich mal verschwenderisch. So, farblich anpassen. Dann gucken wir mal. Dann passen wir das mal irgendwie so dem Rücken da an. Also, wo das da am Rücken steht. Also, die Wand meine ich natürlich damit. Aber sonst gibt es ja auch keins. Wie sieht das aus? Dunkel passt sich ja immer eigentlich an. Hey, das geht sogar. Ich mach mal ein bisschen, ein bisschen dunkler. Ja, das geht. Klar. So, der wollte jetzt, äh, was wollte der alles erlernen? So, mach mal weiter. Du wolltest die Geschicklichkeit und die Athletik lernen. Dann gucken wir mal, ob das hier überhaupt dabei ist. Lesen. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit und Athletik. Denn, Geschicklichkeit Band 1. Dann liest du mal das hier. Und dann liest du noch. Logik wollte er auch lernen. Nee, Athletik. Ich bin immer, ich, ich vergesse das immer. Regal öffnen. Ach so, das kann ich jetzt alles mitnehmen. Gut, das wollen wir natürlich nicht. Aber was hat denn der alles schon gefangen? Oder was hat der im Inventar? Unbekannter, ungewöhnlicher Samen. Elritze. Dann haben wir noch eine olle Karre. Seit wann haben wir eigentlich eine olle Karre? Voll in der Tasche. Matchbox-Ort oder wie. Äh, eine Zeitung und, äh, Mode-Tipps für Einsiedler. Gut, dann, hm. Dann plauderst du hier noch eine Runde und liest danach. Und er geht jetzt erstmal nach Hause. Auch übrigens sehr stylisch. Ach so, er hat das hier, die olle Karre. Einkaufen fahren, zum Gemeinschaftsgrundstück fahren, zum Gemeinschaftsgrundstück fahren mit. Ach komm, dann fährst du einfach mal zum Gemeinschaftsgrundstück und dann gucken wir da mal, was der da so alles macht. Huch. Ach so, jetzt muss ich ein Ziel wählen. Ähm, nimm, nimm. Dubios Lagerhaus. Kurios Lagerhaus. Voll cool. Kooperationen Tower. 28 Stunden Fitnessstudio. Weißt du was? Dann geh mal arbeiten. Äh, arbeiten. Dann engagier dich hier mal. Ja, gut, da hätte er auch rüberlaufen können. Macht er das jetzt auch? Das macht er tatsächlich. Oh, ich kann nicht mehr. Und der letzte Endspot. So, hat er die olle Karre natürlich genommen. Wenn er jetzt nicht unbedingt seine Füße damit meint. Ja, und mal gucken. Hygiene. Ach, Energie, Mensch. Er müsste eigentlich mal pennen gehen. Oder er müsste mal, warte mal, ein Nickerchen. Ach komm, dann pennst du hier einfach mal eine Runde. Was soll's. Macht doch hier sowieso jeder Zweite. Wie ins Wasser pinkeln. Kannst du danach dann gleich auch mal machen. Obwohl, Handrang hat er nicht. Dein Sim hat begonnen, eine Fähigkeit zu verbessern. Später. Ach, Mist. Na, dann penn er erst mal eine Runde. Sieht natürlich auch geil aus. Er kommt hier so rein und dann auf einmal... Mensch. Warum ist das hier auf einmal so viel Betrieb? Warum ist hier auf einmal so viel Betrieb? Es spricht sich, warum das der hier ist. Ist schon so ein kleiner Star. Mensch, guck mal, da ist die von Scrubs. Jamie Jolina. Äh, Jolie... Jolina? Jolina, ja. Habe ich mich nicht verlesen. Das ist auch immer so doof mit den... Pauline Wahn. Können wir hier mal ein Stockwerk höher gehen? Das ging noch irgendwie. Moment mal. M, M, M. Hier. Ein Stockwerk höher. Ach, Mensch. Eine Butterfly. Wie heißt denn das hier? Ich kenne mich da nicht so aus. Aber auf jeden Fall macht man da Butterfly-Übungen. So viel weiß ich. Hier ist ein Laufband. Mensch, da kann er sich gleich auch mal... Beweisen oder unter Beweis stellen. Hier ist ja sogar eine Badewanne. Hier ist ja wirklich alles. Geht noch ein Stockwerk höher? Ich glaube nicht. Oh, doch. Ja, aber hier gibt es nicht sehr viel zu sehen. Ähm, na, dann gehen wir mal wieder runter. Ja, dann machen wir wieder normale Geschwindigkeit. Aber ich glaube, das mit der Energie, das wird nicht so viel. Ach, komm. Dann geh einfach mal nach Hause. Dann pennst du eine Runde. War das jetzt zwar ein bisschen umsonst, aber... Mensch, was soll's. Und er liest hier noch fleißig oder wie? Hm? Was so? Mensch, der wird ja langsam zum Stalker hier. Oder was macht der da? Hat der kein Zuhause mehr? War der rausgeschmissen? Hat der Scheiße gebaut? Man weiß es nicht. Ich meine, der stand schon die ganze Zeit auf der Straße und wollte Suizid begehen wahrscheinlich. Aber ist ja doof, dass das eine unbefahrene Straße hier ist. Hier, nehm dir das hier als Vorbild. Der rennt schnell über die Straße. Anstatt so wie du, der einen halben Tag braucht. Was ist denn das da überhaupt ein Bild? Schade, näher kann man nicht ran. Äh, dein Sim hat einen gesegneten Appetit und ein paar Pfunde zugelegt. Den Anblick seines veränderlichen Profils im Spiegel wird er nicht so schnell vergessen. Ach, komm. Deine Sims halten wichtige Ereignisse in ihrem Leben in einem Notizbuch fest, das du jederzeit einsehen kannst. Natürlich. Was ist das da? Mensch, ne Strichcode, äh, Strichcode-Palette wollte ich schon sagen. Strichcode-Platino oder so, weiß ich nicht. Ähm, er denkt an Zocken, aber er hat auch Hunger. So viel Hunger hat der gar nicht. Äh, wenn der jetzt pennen geht, dann hat der eigentlich, der hat eigentlich gar nicht so viel Freizeit. Kann der, ist das hier noch genießbar? Ach, komm. Warum nicht? Dann isste was, dann hast du wenigstens schon mal... Keinen Harndrang mehr, wollte ich schon sagen. Dann hast du wenigstens keinen Hunger mehr. Ähm, dann gehst du duschen, dann... Harndrang hat er nicht. Habe ich ja gerade von erzählt. Und dann, der an Spaß fehlt jetzt hier noch ein bisschen. Komm, dann... Machst du hier einen Jobsuchen? Nein, äh... Internet durchsuchen, mit jemandem chatten, schreiben, übertakten. Das Unlösbare möglich machen. Computerspiele spielen. Das ist wohl das simpelste und einfachste. Ich bin ja generell nicht so ein Chat-Freund. Da musste nach meiner Pfeife tanzen. Und nach meinen Bedürfnissen, wollte ich schon sagen, aber... Das klingt ein bisschen doof. Und er liest hier immer noch. Ist ja auch nicht viel Zeit vergangen, seitdem ich Pause gemacht habe. Mensch, denn... Komm, dann habt ihr hier erstmal was zu tun. Oh. Traurig. Dreckige Umgebung. Achso, war das jetzt ja das Essen? Also, wenn er das jetzt ist, dann erkläre ich den für verrückt. Wo ist denn hier die dreckige Umgebung? Achso, ist das das hier? Äh... Den Säuber mal. Zähneputzen ist ja auch total überbewertet, hast du das Gefühl? Weil, wo ich hier gerade sehe, Zähneputzen, das habe ich noch nicht einmal gemacht. Und die haben schon mehrere Male gepennt. Oder das passiert hier nur einmal im Monat oder so. Also, ganz meiner nachempfunden. Nach meiner Routine und so weiter. Was ist denn das hier überhaupt? Achso, das ist das Polizeirevier. Ich habe jetzt schon gedacht, das ist irgendwie ein privater Sender. Und einfach dreiste Werbung. Also, auf jeden Fall ist das simulisch, würde ich jetzt mal schätzen. Das ist ein M ohne Strich. Das ist eine umgedrehte 5. Also, eine vertikal gespiegelte. Nee, horizontal gespiegelte. Oh, der müsste mal pennen gehen. Ähm... Ach komm, dann drücken wir jetzt hier drauf. Nein. Hier, so wollte ich jetzt machen. Habe ich jetzt eigentlich gedacht. Iiih. Schnell runter. Schnell weg. Ist aber ziemlich klein, das Tensier-Shit. Hätten sie ruhig ein bisschen größer machen können. Äh, achso, spielen macht er dann gleich mal eine Runde. Dann säubert er und dann kann er pennen gehen. Hat er sich denn wohl verdient. Was macht denn der hier eigentlich? Der lungert hier die ganze Zeit rum. Für die, die sich fragen, warum der schwarze Haare hat. Ja, das ist so ein Opa, der hat sich... Der ist so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben, als er noch jung war. Und da geht er denn zum Beispiel zu seinen Sohn oder so, wenn er skaten ist, dann geht er da hin und schreit darum, Yo, ich bin noch halb geblieben, äh, ich bin noch jung geblieben und ich möchte eine Runde mitskaten. Und dann springt er da mit seinen, äh, mit seinen goldigen Jahren springt er dann da mit dem Skateboard rein und haut da alle um. Huch, das ist ein bisschen laut. Was ist das hier? Das fahren doch da auch mal alle durch. Warum hält der auf einmal an? Ja, hier wollte ich ja eigentlich auch noch was machen. Ich hab mich gerade gefragt, was die da machen. Hier wollte ich ja eigentlich noch was hinbauen. Aber das trau ich mich nicht so ganz. Äh, weil ich denn Angst habe, dass das hier alles weiter geht. Und dann wieder das gleiche passiert wie letztes Mal. Was ist denn das hier? Hier ist ja auch überall Werbung. Ach, was ist denn das hier? Mensch, cool. Haben sie extra so gemacht, dass man nicht reingucken kann? Achso, hier kann man ja doch reingucken. Aber auch nur halbwegs. Weil auch irgendwie die Hälfte fehlt. So, hier ist glaube ich ein Gemeinschaftsgrundstück, wenn ich mich nicht irre. Arbeitende, 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 Freundinnen, Ninnen, Ninnen, Ninnen. Haushalt. Achso, ja, das kenne ich ja noch. Was ist das hier? Äh, Teilzeitjob. Tätowieren lassen. Hätte man sich eigentlich alles vorher auch machen können. Äh, na dann geh mal wieder zurück. Und dann kannst du mal ruhig wieder weiterzocken. Damit der Spaß hochgeht. Damit du nicht so ein depressives, kleines Wrack wirst und dich anfängst zu ritzen oder so. Sitzen geht noch, aber ritzen ist dann schon wieder ein bisschen. doof. Gut, ähm. Er liest immer noch, aber ich glaube, der... Oh, der müsste mal pinkeln gehen. Äh, benutzen. Dann benutze mal die Dusche. Hygiene. Wenn der Dusch, geht denn der Hanra eigentlich runter? Weiß ich nicht. Äh, dann räumst du das auch mal weg. Und dann tust du noch ein Snack essen. Snack essen, Saft. Ist das denn im Kühlfach oder wie? Eine Dosen-Suppe. Ach komm, Müsl, das ist immer so standardmäßig. Nämlich immer, weil das gleich oben ist. Und dann... Spaß fehlt ihm auch noch ein bisschen. Ach komm, dann gehst du danach auch pennen. Und dann ist auch schon wieder ein Tag rum. Der ist ja immer noch. Und dann ist ja immer noch ein Tag rum.